Was ist das, was er angeboten hat, war, die durchaus vorhandene Unzufriedenheit noch mehr zu verstärken und zu bündeln in seine Person als die fleischgewordene Problemlösung. Also anders formuliert, wenn er kommt, wird alles anders. Er ist der Erlöser. Und weil er der Erlöser ist, kommt er immer von oben mit dem Hubschrauber und hat gleich diesen religiösen Schal.